herzlich willkommen zu einer neuen folge diablo 3 reaper of souls 2 ja die letzte noch mal von vorne die letzte folge war ziemlich kurz gewesen das liegt daran dass ich mir keinen timer gestellt habe das habe ich aber diesmal geändert kam ein tick länger vor die letzte folge waren aber glaube ich nur in endeffekt irgendwas mit 9 minuten und das tut mir natürlich leid für alle die das verfolgen jetzt schöpfen wir mal die vollen 20 minuten aus ich mache es aber immer so ein bisschen abhängig wo wir gerade stehen bleiben weil ich weiß jetzt nicht genau was mich heute erwartet hier ob wir jetzt ja genau stehen bleiben bei 20 minuten oder ein bisschen mehr oder weniger machen müssen wir eben halt sehen wie gesagt gut dann holen wir zwar einen kleinen bonus eigentlich normalerweise unsere gegnerin eigentlich normalerweise mal einverleiben sollte oder gegner allgemein weil die ja doch ein bisschen schwach auf der brust sind aber das soll nicht stören lieber schwache gegner als ständig auf die fresse zu bekommen was ist denn da unten kann ich das nicht da schon angreifen oder was ne oh ihr habt meine töchter kennengelernt wie ich sehe ja die bringen wir gerade um genießt ihr ihre gesellschaft die machen wir gerade kalt wenn wir das gemein wird alles eigentlich normalerweise gemein so man es rauskommt kann ich noch einen beschwören ja oder ich bin ein oder zwei ach so ich habe immer gedacht ich kann noch einen zweiten beschwören dass ich bis zu fünf stück beschwören kann aber dem ist ja gar nicht so gulasch gulasch haha ich krieg ja schon wieder hunger auf gulasch möchtet ihr so heißen gulasch das ist ja echt ein hektro der namen hey gulasch deine mutter hat angerufen so mal wieder nichts in den knochenhaufen alles irgendwie verbrannt nicht aber so du blöder dämon du blöder dämon du blöder dämon ich bin ja nicht mit dem hauen ne n zerstörer joa einen kleinen erfolgen müssen die ja auch mal haben die gehen wir jetzt weiter hoch das ist doch cool das ist doch cool und neues wissen haben wir ja neuer Die horadrischen Schriftrollen beschreiben die geweihten Basengästchen als fleischgesorgene Sünden. Asmodal bewährt ihnen große Macht, wo die Gästchen dazu überladen sind, sich nach beliebenden Augen zu entziehen. Es wird angenommen, dass der Herr der Sünde sie auf die Gegner hetzt, die nicht mit Zahn und Klaue zu bezwingen sind. Der ist doch mal an, der ist schon wieder tot. Eine unglaubliche Leistung. Das finde ich scheiße, echt. Man kommt immer richtig so geile Gegner und dann machst du da einmal, zweimal, dreimal tippen da und dann sind die Dinger schon. Warum Lünder noch bei uns ist? Ich hätte erwartet, dass er sich inzwischen aus dem Staub gemacht hätte. Linden ist nicht so einfältig, wie ihr glaubt. Mann, wo euch das so ist? Scheiße. Gut. So, bevor wir da jetzt reingehen, will ich aber erst nochmal verkaufen. Das tut mir leid, das habe ich wieder nicht geschafft in der letzten Folge, die so kurz war. Aber. Das ist ja auch nicht alles, ne? So, dann fangen wir mal hier an. Ich kann nicht glauben, dass wir noch am Leben sind. Ja, 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 jammert nicht immer alle rum. So, als allererstes reparieren wir unsere Angebote aufrichtung. Dann können wir wieder verwerten. So, jeden Scheiße, den wir nicht brauchen. Nehmen wir den. Oh, warte mal. Der ist aber besser als der andere. Dann tauschen wir den auch noch rum. So, nebenhand nicht. Ich habe noch einen Zweihänder. Alles weg. Auf weg, auf weg. Ich bin aber rigoros. Also eigentlich bin ich nicht rigoros. Aber hier, in diesem Spiel bin ich rigoros. Okay, da habe ich noch was Schönes mit meinem Begleiter. Weil, ähm, ich denke immer, ich bewahre es immer so lange auf, die ganzen Gegenstände. Weil ich immer denke, Mensch, das geht euch vielleicht auch so. Die kann ich doch nochmal so brauchen. Und das bewahren wir auch nochmal auf. Die kann weg. Das ist dann immer so ein bisschen scheiße, weil ich würde meine Inventarplätze immer nicht hinkommen. Gut, das haben wir doch schon mal gut gemacht, oder? So, das kommt in die Kiste rein. Ne, schön verstaut. Zack, 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 zack. Tun wir auch erstmal hier rein, alles. Das auch, das auch und die Axt auch. Ja, ich würde einfach mal sagen, geht's weiter, wa? Was geht ab? Ich mische mir die mal so ein bisschen auf da. Ich muss nachher auch mal gucken, ob ich noch irgendwelche Zauber neu habe. Also ihr merkt das, ne? Die Anwesenheit macht die richtig frei. Achso, die hat doch hier genug männliche. Ich kann ja meinen, meinen Koloss da mal vorbeischicken. Ne? Wenn die so offen und scharf ist. Dann kann der mal einige Kunststücke, akrobatische Übungen mit dir mal machen. Der passt bestimmt in eine Geschmacksrichtung von hier. Was haben wir hier? Äh, Moment, war da nicht in die Tür? Ach, die ist da unten? Okay. Schau, wir mal hier. Alles noch, noch gar nicht. So, wie ist die, Alter? Jetzt reißt die jetzt für die Mutter an, oder was? Dann schickt die ihre Moodie vor. Oh, ne, ach da. Meine Zombie-Hunde, die killen. Aber wenn ich die nicht hätte, muss ich ehrlich sagen. Oh. Die gibt's mir nicht jetzt mal. Sauber. Ah, das Portal. Oh, Mann, ich vergesse das immer. Einfach mal das Portal öffnen lassen. Aber dann komme ich noch mal in mein Wunderland. Achso. So, diese Feuer spuckende Scheiße, ne? Die richtige Taktik, jetzt wollen die erst mal, dass ich schwach gewacht werde, dass man in meine Energie, sag ich mal, sich reduziert und dann will ich zum Boss kommen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Verliebe ich dann eigentlich. Ich hab so eine Regeneration, das ist ja echt Wahnsinn. Also, wenn ich mal da mal... Es geht noch tiefer. Geil. Das Herz der Verdammten. All der Schmerz und das Leid, das ihr aushalten müsst. Und ich muss darauf rennen, dich zu sehen. Schmeißen rüber. Achso, ist sie schon da? Oder wer ist das da, mit dem ich kämpfe? Oder machen wir auf dem Hüttler? Brau nicht schlecht. Brau nicht schlecht. Boah. Vampirhafter Trick. Alter, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Jetzt haltet mich nicht auf hier. Da muss ich jetzt hin. Ah, scheiße. Komm da weg. Okay. Achso, die wollten in den Trinker gehen. Das ist schön brav. Die haben sich schöner. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihr so schreien. Solch süße Musik. Weg kommen wir auch. Und schau wie dein Level ab. Ein Sukubus. Ja, in World of Warcraft habe ich, also momentan spiele ich nicht aktiv, obwohl man Count, glaube ich, noch laufen müsste. Ähm. Dann bin ich auch ein Hexenmeister. Und da habe ich schön in PvP auch mal ein bisschen los gehabt. Und hat immer schön die anderen Leute getört. Und dann habe ich erst noch außer Gefecht gesetzt. Und dann konnte ich da einige Zauberschillen auf die wirken. Und das war mal ganz hilfreich. Gerade im PvP. So, aber jetzt kommt es gleich zum Endkampf. Wir werden heute ein bisschen länger. Oh, ihr seid so ein Frech. Ach, da ist sie doch. Hallo. Oh, da habe ich gleich noch mal Stärkung. Ey, ja. Oh, jetzt haut die wieder ab. Ach, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Ah, das Herz. Brauche ich doch einfach mal weg, da. Warum eigentlich nicht? Irgendwo. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr blüßen. Dann komm. Da hat mich jemand weh. Warte. Oh ja. Ah ja, super. Ich dachte schon, die Stimme kam mir hier so dann bekannt vor. Ah, das ist nie. Das ist ja schon mal geil. Das wäre nicht leicht zu besiegen sein. Das sind hier Blitze, oder was? Ich muss mich mal wieder konzentrieren hier. Ich gehe gleich wieder drauf. Okay. Ich gehe drauf. Ja, klasse. Wie tief geht dieser vermaledeite Turm? Gut, weiter geht's. Blinkende Kreise deuten dahin, dass da irgendetwas ist. Nämlich. Nämlich. Eine weitere Ebene. So nahe schon. Ich meine, das finde ich noch toll, dass ich jetzt hier so nahe dran bin. Ich habe nicht genug Mana. Und der Templer stand da eben drauf. Diese Sprechmine da, die ich da entschärft habe. Äh, nicht entschärft, sondern ausgelöst habe. Ja, was haben wir denn noch hier? Ich lasse jetzt mal die Arbeit machen. Ach, unsere Salami, die ist auch wieder da. Ah. Klapp. Unheil der Mörder. Das ist schon mal vielversprechender Name. Ja, jetzt komm. Ich brauche an. So was finde ich, das ist doch mal richtig geschlackt. Mal ganz ehrlich, Jungs, oder? Also wenn ich von Jungs rede, mache ich natürlich auch Mädels, wenn ihr jetzt Mädels zuschauen. Ähm, ist gut eine Regensart von mir. Mal ganz genau sagen, Mensch, Jungs. So, Trümmerzeile habe ich auch nochmal erbeutet. Beutet. Okay, gut. Weiter geht's. Lauf, 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 lauf. Ah, da kommt wieder. Ah, da kommt wieder Todesklapper, Todesklapper, Todesklapper. Oh. Oh, da kommt auch so geil, die Flamme da raus. Das ist doch richtig, gar nicht. Amoo, ne? Ja, ne? Ne, hab ich nicht mehr. Dann hole ich mal welche, ne? Wow. Gut, gehen wir erstmal rechts rum und dann machen wir zum Schluss links. Ah, machen wir mal mit der Begleiter schon kurz hier, hoffe ich. Helden. Helden. Eben. Oder Höhen. So. Du denkst, du weißt, was Schmerzen sind mit allem, was Leid ist. Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wir machen immer so große Ansagen und im Endeffekt nachher passiert kaum was. Und... Aber nichtsdestotrotz, das Spiel, das fesselt. Und das muss ich echt sagen. Das ist echt ein super Spiel. Ah, dahin gehe ich noch nicht hin. Und jetzt will ich jetzt mal hier vorne nochmal gucken. Also für jeden, der das nicht hat, kauft es mal selber. Für die Gerechtigkeit! Das ist vielleicht auch die Mütze hier. Passt mal ein Templer nicht an. Solltet ihr euch auf jeden Fall, ähm, wirklich selber mal holen, selber mal zocken. Das macht wirklich... Ah, nee, von da komme ich ja. Ähm, Höllen Spaß. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Hüftet eurer Zunge, Damon. Ähm... Gut, wir gehen doch immer zum linken Kreis. Ich hoffe, dass ihr euch nicht zielweit weg seid, weil die Folge ist eigentlich schon so langsam beendet. Aber da wir wirklich mal trotzdem haben, mache ich mal nach. Ich glaube, dass wir mal ein bisschen länger machen, ist doch nicht in Ordnung. Und... Das ist ja auch immer gemein, diese Zauberer. So, nochmal vorweg hier. Das heißt, ich muss eigentlich nach da. Naja, genau. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen aufrollen. Das sieht hier unten nämlich saumäßig aus. Das ist ein Portal. Hä? Noch? Ist das das? Nee, da ist ja nicht so... Guck mal. Lava. Ach, wir müssen noch ganz nach unten. Okay, gut, hab ich mich verschaut... Äh, verguckt eben. Verschaut, würde ich gerade sagen. Was ist das denn in Deutsch? Kommen wir da unten runter? Ja, endlich da ein gelber, ne? Ja, ja. X3. Ach, das sieht auch unten in den Chat, glaube ich. Ich muss mal hier... Konzentrieren. Oh. So, den haben wir schon mal. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana, mein Gott. Stellt den doch nochmal an. Das ist nochmal ein gutes Trio gewesen. Ja. Oder Quartett. So. Und wieder den Tiefer. Oh, oh, oh. Und halb weggefackelt da. Ja, da sind wir unten angekommen beim Portal. Ich habe euch ja gesagt, wir machen bis dahin. Ja, danke fürs Zusehen. Also den Blick dahinter, den werfen wir erst in der nächsten Folge. Da müsst ihr euch noch einen Tag gedulden. Und wie gesagt, ich versuche die Sachen immer täglich mal zu bringen, wenn ich Serien mache. Die nächste ist auch schon in Produktion. Ich kann dazu nur sagen, das geht in der nächsten oder im nächsten Let's Play von mir um einen Vater, der sehr, 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 sehr krank ist in der Geschichte. Und ja, ganz dringend Hilfe braucht. Viele wissen jetzt schon, um welches Let's Play es sich handelt. Und es ist auch kein super neues Spiel, sondern es ist ein, ja, ist schon ein bisschen auf dem Markt. Aber trotzdem, mir macht das Höllen Spaß. Und deswegen möchte ich euch das zeigen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch, so wie euch die Abbruch gefällt. Vielleicht noch ein bisschen besser. Okay, ciao.